R.B. 82 Nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof Nächster Halt Frankfurt am Main Hauptbahnhof In Kürze erreichen wir Frankfurt am Main Hauptbahnhof Damit hat dieser Zug sein Fahrtziel erreicht. Bitte aussteigen. Die WIRS und das Zugpersonal bedanken sich auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes bei Ihnen für die Mitfahrt. Wir hoffen, dass wir Sie schon bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen dürfen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Herzlich Willkommen in der R.B. 82 nach Erbach-Obenwald Darmstadt Nord In Kürze erreichen wir Darmstadt Nord Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Herzlich Willkommen in der R.B. 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald Darmstadt Ost In Kürze erreichen wir Darmstadt Ost Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald Darmstadt TU Lichtwiese In Kürze erreichen wir Darmstadt TU Lichtwiese Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald Darmstadt RB 82 nach Erbach-Obenwald Darmstadt 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 In Kürze erreichen wir Darmstadt In Kürze erreichen wir Darmstadt Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald Rheinheim In Kürze erreichen wir Rheinheim Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald Otzberg-Lenkfeld In Kürze erreichen wir Otzberg-Obenwald In Kürze erreichen wir Otzberg-Obenwald In Kürze erreichen wir Otzberg-Obenwald Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald In Kürze erreichen wir Otzberg-Obenwald In Kürze erreichen wir Hölst-Hetschbach. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald Nächster Halt Höchst-Obenwald Höchst-Obenwald Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald Nuling-Rumbach In Kürze erreichen wir Nuling-Rumbach Nuling-Rumbach Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg, Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 82 nach Erbach-Obenwald Bad König In Kürze erreichen wir Bad König Bad König Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald RB 82 nach Erbach-Obenwald Bad König-Zell In Kürze erreichen wir Bad König In Kürze erreichen wir Bad König-Zell Bad König Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 82 nach Erbach-Obenwald Nächster, Michelstadt In Kürze erreichen wir Michelstadt Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante Ausstieg in Fahrtrichtung links RB 82 nach Erbach-Obenwald Erbach-Nord In Kürze erreichen wir Erbach-Nord Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante Ausstieg in Fahrtrichtung links RB 82 nach Erbach-Obenwald Erbach-Obenwald In Kürze erreichen wir Erbach-Obenwald Damit hat dieser Zug sein Fahrtziel erreicht Bitte aussteigen Die WIRS und das Zugpersonal bedanken sich auch im Namen des Rhein-Bain-Verkehrsverbundes bei Ihnen für die Mitfahrt Wir hoffen, dass wir Sie schon bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen dürfen Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante Ausstieg in Fahrtrichtung rechts